Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Diablo 2 mit dem lieben Tau an meiner Seite. Äh, Moment, Moment, Seite, so. Ich muss auf der anderen Seite. Auf der bösen Seite. Willkommen im Dschungel. Ja, wir sind auf der Suche nach Kalims Gehirn. Genau. In den letzten Folgen, irgendwann haben wir das Auge gefunden. Mit dem laufen wir durch die Gegend und tragen ihn spazieren. Bis wir irgendwann den Flegel einsammeln müssen und dann alles zusammenpacken. Das Ding ist, wir brauchen Platz dafür. Ja, das ist momentan echt das absolute Manko bei uns. Das könnte echt ein bisschen eklig werden. Wir verbrauchen mal ein paar Steinchen oder so. Da ist nur die Frage, ob der Giftschaden von Tau mittlerweile immer noch reicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist die große Frage. Im Grunde könnte er sich einen neuen Bogen basteln mit ordentlich Stuff. Richtig, ich kann dir schon mal, ich kann dir mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier einen kurzen Kampfbogen gefunden. Auch dreimal gesockelt im Gegensatz zu dem, den ich ja jetzt gerade benutze. Der hat nämlich 2 zu 6 und der neue 5 zu 11 Schaden. Ja, ich bin nur einfach zu geizig da, was reinzusetzen. Besonders, weil ich ja in dem alten noch die Talruhne habe, die einfach 116 Giftschaden macht. Und das einfach echt gut ist. Tja, er weiß, was wir noch finden. Vielleicht finden wir irgendwas, wo du sagst, okay komm, ich tausche. Das ist Kompositionsbogen zum Beispiel. Ja, da will ich jetzt gerade mal gucken. Ah, der macht weniger Schaden. Okay. So, ich möchte, äh, genau. Mein Schild mal wieder aufladen. Hups, ups, fertig. Lidierter Saphir liegt hier noch. Oh, nehme ich, nehme ich. Ähm, in der, in, äh, Offscreen. Ihr seht es ja vielleicht, das Inventar ist ein bisschen aufgeräumt. Ich habe jetzt hier alles im Horadrim-Würfel drin. Wir haben jetzt auch nur noch 5 Runen. Das heißt, ich habe alle zusammengefügt, die ich so hatte. Äh, oder was ich so zusammenfügen konnte. Wir haben hier 2 L-Runen. Wir haben 2 Eth-Runen. Und wir haben, äh, eine, eine Rai-Rune. Und die Rale ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, hier noch ein paar, äh, Smaragde, Amethysten, bla bla bla, Schädel. So weit wie es geht. Den Rest hat ja der liebe Zero. Genau. Wenn ich jetzt noch einen niedierten Saphir finde, dann bekomme ich 5 Platz mehr in meinem Inventar. 5. Boah, das ist natürlich krass. Das ist göttlich. Du machst einen richtigen Saphir dann draus, ja? Ja. Das ist cool. Und ich gewöhne mich immer mehr an das Streuen. Das ist doch eigentlich ein cooler Skill. Na, würde laufen nur noch richtig, ne? Ah, hier komme ich jetzt in Abzweigung, glaube ich. Denke schon. Ja, da oben geht es auch weiter, wo ich gerade war. Aue, Aue. Ich will endlich mal wieder Damage machen. Das dauert doch so lange. Ja, toller Weg hier übrigens. Oh, ne Truhe. Ich guck mal einfach in den Ring rein. Mach mal. Angriffswert, tschüss. Ach, da kommt ja einiges auf uns zu. Hau mal gegen den Busch deine Zauber. Ist okay. Mach ich doch gar nicht. Hast du aber eben. Nein. Das sah vielleicht bei dir so aus. Ja, ja. Ja, wirklich. Bei mir habe ich ordnungsgemäß die Gegner anvisiert. Jetzt habe ich gegen den Busch gezielt. Ordnungsgemäß. Ja, sicherlich ordnungsgemäß. Ordnungsgemäß finde ich super. Oh, hey. Laut Paragraph 74 StGB der Diablo 2 verordnet. Halt dir die Regeln ein. Ich hasse es, wenn die Luft gehen, ne? Oh Gott. Oh. Brauch Mana. Ich habe kurz gedacht, irgendwas ist bei mir kaputt gegangen. Warte gerade so ein Kaputtmach-Sound. Ah, okay. Ah, der Schindler-Jungel. Schön. Yay. Ich habe es geschafft. Ich stirb doch nicht. Oh Gott, ich sterbe jetzt. Ey, Mana-Schild ist weg. Oh nein. So, Mana-Schild am Start. Stirb, du kleines Bastard. Wie? Ich habe echt auch so langsam Mana-Problem. Ich habe immer das Mana-Gold. Spare ich mir ein bisschen was. Ach, der lebt noch. Einen Ring hat er verloren. Identifiziere ich einfach mal, just for fun. Zack, 2-Zimmer-Niemals-Schaden. Tschüss. Ein fehlerhafter Diamant. Cool. Ein ledierter Topaz. Und ein ledierter Topaz. Den wollte ich doch haben. Jetzt geht es ab. Du willst du nicht ein Safia? Ja, aber auch ein Topaz. Nein, ich brauche doch einen ledierter Topaz. Ah, ah, ah. Oh, sonst hätte ich jetzt mehr MF gehabt. Oh, ne. Wow, 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 wow. Aue. Ui. Alle drauf. Ups, ich habe Pfeile eingesammelt. Tschüss, Pfeile. 12 MF. Und Giftwiderstand. Da drüben ist ein Dicker. Von den Kleinen. Äh, toll. Ja, danke, dass du mich alleine lässt. Das ist sehr nett. Glaub ich gar nicht. Ich habe nur den Charme geholt. Alles gut. Was schieße ich denn da? Achso. Wieso kommen meine Schüsse nicht an? Boah, ey. So. Groß hat Scham, das sah aus wie ein kleiner Charme. War gut. Ähm. 5 zu Geschicklichkeit. Ganz groß. Naja, nee. Wenn es ein großer ist, nicht. Oh, Mann, no. Sie droppen keine gelben Sachen für uns, ne? Nee, nicht wirklich. Oh, jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Schaden kassiere. Ne? Fällt dir was auf an meiner Amazone? Keine Rüstung. Richtig. Kaputt? Rüstung kaputt. Er hat doch gesagt, ich habe so einen kaputtmach Sound gehört. Das war deine. Das Schöne ist, meine nächste Rüstung kann ich mit Stärke 48 tragen. Ich habe 41. Tja. Ach toll. Zwei Level. Außer ich würde auf meinen neuen Bogen jetzt den Amethysten draufsetzen, der mir Stärke bringt. Ja, aber nicht auf Waffen, oder? Auf Waffen gibt es Angriffskraft. Ah ja, stimmt. Oh, ich glaube, ich habe einen Diener beschwört. Bin ich so ganz sicher. Ah, da ist auf jeden Fall wieder ein Dicker. Da ist einer mit einer Blitz-Aura, der kommt gerade. Ja, den habe ich beschworen. Es tut mir leid. Wow. Wow. Alter, macht der Schaden. What the heck? Nein, zieh dich von mir. Bitte. Oh, mein Helm geht auch bald kaputt. Nein, ich hatte kein Teleport an. Ist das widerlich. Du auch? Der hat mich ge-one-hitted. Ja. What the heck? Der hat mich ge-one-hitted. Wo läufst du hin? Trieh durch. Ach so. Ich mache es immer wieder. Wie gesagt, ich hasse diesen... Äh, Akt. Willst du hier warten und ich bote mich hin, oder was? Es wäre cool, ja. Ich habe mein Spiel verkleinert. Mal wieder. Okay, hier dürften wir sicher sein. Kommst du? Ja, jetzt komm. Ich habe gerade nur noch mal mit Deckard Cain über das Auge geredet. Da ist meine Leiche. Da ist der Pisser. Ich habe keine Rüstung. Das ist schlecht. Du musst irgendeine aufsammeln. Scheißegal welche. Ja. Kannst du nochmal... Achso, ist noch. Ist noch, ist noch. Ah, sowas aber auch, ey. Nein, 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 nein. Hau ab. Der läuft durch Stuhl hinterher, Alter. Ich treffe ihn nicht. Der ist zu schnell. Oh Gott, nein. Die können wir nicht treffen. Können wir vergessen. Nein, ich habe mein Spiel wieder minimiert. Shit. Der läuft auch nur weg, wenn wir ihn hätten. Ich bin so gut wie tot. Nein, das ist ein anderer Kleiner. Huh. Ja, Mann. Halleluja. Jetzt sind meine ganzen Tränke natürlich alle weg. Ja, hier hinten liegen noch welche. Da. Auf dieser Seite. Ah, okay. Ganz, ganz viele. Solltest du irgendeine Rüstung sehen, sag Bescheid. Okay. Ich habe meine zweifach gesockelte noch. Falls du die mehr haben möchtest. Ist mir egal. Hauptsache, irgendwas zum Anziehen. Danke. Soll ich die dann wegschmeißen, wenn ich wieder eine finde? Beziehungsweise, wenn ich meine tragen kann, oder? Ich habe nur noch eine Haltbarkeit auf meine Rüstung. Ach nee, meine Rüstung ist kaputt. Deine ist auch kaputt. Ja. Gerade erst gesehen. Ja, komm her, dann zieh du die wieder an. Ich halte ein bisschen mehr aus, als du. Na gut, danke. Na komm, dieses Mal mache ich es. Ah, jetzt weiß ich, wo meine ganzen Tränke sind in meinem Inventar. Zwei zumindest Schaden, neun zum Maximilien Ausdauer. Brauchst du Heiltränke? Nö, nicht unbedingt. Nö, brauche ich nicht. Ich habe meine IT-Rollen fast alle verbraucht. Ich auch, ich habe auch nur noch zwei. So, ich brauche einen ledierten Topaz. Warte, 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 warte. Bevor wir die angreifen, warte, bevor wir die angreifen. Ich brauche mal, hast du mal einen Mana-Trank? Ja, klar. Das ist super, vielen Dank. Warte. Läuft doch, du schießt einfach nur in die Richtung, die werden dann vergiftet. Ja, das ist eigentlich echt super. Oh, ich muss jetzt wieder auf meinen Mana aufpassen. Ach man. Bei Mana-Tränke gehen alle. Naja, wechsel dich wieder für eine kurze Zeit auf diesen Skill. Männer macht eigentlich genau den gleichen Schaden, nur kein Flächenschaden. Das ist das Problem. Okay. Da fallen einfach mal zwei ID-Rollen, Alter. Wieso gab es das nicht im Arc 1? Da hätten wir das echt gebraucht. Ja, das stimmt. Oh, eine Bänderrüstung. Aua, 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 Aua. Ach, Tau, du grätst immer in Schwierigkeiten. Ach, Mann. Kann ich die denn wenigstens tragen? Ah, Mann. Mal keine Pfeile, jetzt habe ich keine Rüstung. Was kommt noch alles? Tja, hätte sie mal aufpassen sollen. Ich habe mir eine Rüstung bereitgestellt, für den Fall der Fälle. Ja, ich auch, aber ich kann sie nicht tragen. Die kann ich noch weniger tragen. Dann musst du nach Charms Ausschau halten, die Stärke geben. Na, ich könnte sie tragen, wenn ich mit meinem Schwert rumlaufe. Ja, du sprachst dir schon mal Platz. Jetzt halt kurz mit dem Schwert anziehen und dann W drücken. Hast sie dann zwar nicht mehr an, aber du kannst sie da reintun. Ah. Ah, shit, ey. Sind einfach zu viele für den kleinen Skill. Einzelne Skille, äh, einzelne Gegner wäre gar kein Problem, weißt du? Schuppenwarzer, Schuppenwarzer. Den kann ich tragen. Ist, der läuft doch. Ätherisch. Egal. Naja, ätherisch bedeutet mehr Haltbarkeit. Ätherische Gegenstände haben immer mehr Haltbarkeit. Smaragd. Naja, 19 von 19, yay. Smaragd. Lädierter Smaragd. Oh, ich könnte. Aber ich lasse es erstmal. Oh Gott, toll. Okay, ganz normal. Hä? Da läuft hier einfach nochmal so ein Spinner rum. Oh, ich gebe einen Wander-Truck. Mach mal ID-Dinger mit, weil ich kaum noch welche habe. Jo, mach dich. Ja, wie gesagt, Helm geht auch bald kaputt. Yay. Alles neigt sich dem Ende zu, bei Tauch. Ja. Für mich ist alles noch recht frisch, außer das Hemd. Das war ziemlich kaputt. So, dann nehme ich mal den Ring hier an mich. Boah. Stirb. Na, geht doch. So schrecklich ohne Mana. Hä? 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 Hörg, spielst du an? Das ist für den Spinner. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Im Schinder-Djungel war auf jeden Fall dieser Dungeon, den wir suchen. Das kann ich dir sagen. Ja. Ja, ich habe mal wieder nicht T-Fort ausgerüstet. Jetzt habe ich all meinen Mana verloren. Kompositbogen? Macht der mehr? Ah ne, habe ich schon mal geguckt. Äh. Oh, der Gibbon, der Gibbon, der Gibbon. Pass auf, jetzt spawnen gleich ein Boss. Ja. Und der trägt dann den Gibbon. Den lässt er dann fallen. Das war easy. Da, oh, Großhelmen, Großhelmen, Großhelmen. Oh, Manu. Äh, ich kann den nicht tragen. Kannst du den tragen? Ich muss das zu Ormus bringen. Alter, das gibt's nicht, ne? 63 Stärke, willst du mich... Ach, kann ich gleich wegschmeißen. 63 Stärke werde ich mir niemals machen mit einer Amazonen. Das kann ich nicht bringen. Zum Schinder-Dungeon, da mussten wir hin, oder? Yep. Ich glaube schon. Moment. Ja. Äh, nehmen sie den Gibbon mit und, ja, im Schinder-Dungeon. Suchen wir hier nochmal so ein bisschen rum. Ach, da. Gut. Lalalalalala. Ich habe ständig an irgendwelchen Lichtern hängen. Das ist ein Fluch. Ich sehe auch kaum, was hier drin ist. Wieder mal Geister. Ja, was auch sonst. Die verfolgen uns auch, die Dinger. Ah, hier ist Level 2. Oh, das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. War schon runter, Level 2? Oh, willst du den Rest nachher Kunden geworben? Ja, warum nicht? Vielleicht finden wir ja was Tolles. So, nen Helm oder ne Rüstung oder so. Ich muss mich ein bisschen teleportieren, ich habe keine Ausdauer mehr. Zwei, ja, die rollen einfach plopp. Drei. Drei. Loll. Ja, da hast du nen Vorrat wieder. Ja, definitiv. Oh Gott. Okay, ich habe ein Problem. Alter. Bist du denn? Was machst du da? Da. Da oben. Da sind sechs Geister halt mir dran. Danke sehr. Bitte schön. Mana-Trank. Mana-Trank. Ai, 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 ai. Oh, Geisterchen. Boah. Triffst du den nicht oder was? Ne. Irgendwie, ich weiß nicht, was mit meiner Amazone gerade ist. Ach du Scheiß, ich bin in der Falle gelaufen. Ey, ich kriege es jetzt auch gerade von überall hier, ne? So, der ist weg. Und die ist weg. Wir laufen beide nur noch grün durch die Gegend. Aue. Weißt du, dieses dämliche Gift ist das einzige, was mich jetzt wirklich aufhalten kann, durch mein Mana-Shield. Mein Mana-Shield zieht natürlich kein Gift ab. Ja. Akt 3 und nicht ein Florianten gefunden, das ist so armselig. Ja, das ist wirklich armselig. Also anders würde ich es jetzt auch nicht betiteln. Wieso wir da so ein Pech haben? Normalerweise findet man bei Andariel, da wurde damals die, äh, damals, äh, die Dingens gesucht hast, ähm, die, wie? Regale, die Bücherregale, durchgesucht hast. Normalerweise findet man da immer was, ja. Und wenn, wenn dann zumindest ein Stadtportal, weißt du? Ja. Oh Gott, ich muss hier runter. War eine Regeneration. Ja. Ich mach euch alle kaputt. Junge, 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 Junge. Oh, mein Mana geht so ab jetzt. Oh, ist das geil. Oh, oh, oh. Oh. Das war's mit meinem Mana. Nein. Mein Portal steht. Dankeschön. Oh. Ich hatte, ich hatte einfach so ein Mana-Ding. So, so bitter. Oh Gott. Lasse. Entschuldigung, kein Leben mehr. Geht das Maragd. Ah, stimmt. Die Hirschbögen. Die waren auch geil. Hm. Ich bin mal gespannt, wann... Was? Das Gift hat mir alles Leben abgezogen. Ich hab vergessen, mir einen Heiltrank reinzuziehen. Ich bin mal gespannt, wann, äh, wann einer von uns das erste goldene Item findet. Hast du doch schon. Was er auch benutzen kann. Ich bin überladen. Das würde mich mal interessieren, wie lange wir dafür brauchen. Wurde dich doch. Gott verdammt. Frula. Oh, wenn der Frula. Na komm, jetzt stirb. Na, geht doch. So, eine Nymphrone. Hatte ich noch eine Nymphrone? Ne, das war die einzige Rune, die ich nicht mehr hatte. Okay. Oh, was ist das? Oh, Schrein der Gesundheit. Brauchen wir aber gerade nicht. Ja, deswegen hab ich nicht genommen. Beide nicht. Aber ich werde den nicht so schnell gleich brauchen. Na, komm. So sieht das doch schon schön aus. So, wo haben wir denn den Durchgang? Alter. Ich bin genau mitten rein gespawnt. Oh, mein Himmel zufrieden. Oh, ist einfach umgekippt. Nice. Mein bloßer Anblick hat ihn so erschreckt, dass er umgekippt ist. Das gibt's doch nicht. Stirb. Alter, ich krieg die nicht down. Wie geht das, Maragd? Das ist schön. Ich krieg die trotzdem nicht down, so jetzt. Und eine L-Rune. Und das Maragd ist wo? In meine Hand. Achso. Okay. Ja. Sehr gut. Ach, da ist er. Wollen wir noch weitergehen, oder wollen wir das die nächste Folge dann machen? Ja, wir sind ja gleich schon beim Hören, ne? Okay. Dann gehen wir zum Himmel. Obwohl, ist das nächste Level? Ich dachte, das ist Level 2. Nee. Es gibt's, Shinder Dungeon gibt's 3 oder 4 sogar. Ja, entscheide du. Bis morgen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.